Hallo zu dieser Folge von Einfach Wissen, heute mit einer sehr traurigen Meldung, die ist gerade reingekommen. Leider ist Franz Beckenbauer im Alter von 78 Jahren verstorben. Dies teilte die Familie heute der Deutschen Presseagentur mit. Und damit wollen wir nochmal so einen kleinen Einblick in sein Leben, in diese Welt dieses Sportlers werfen. Und er ist einfach eine faszinierende Persönlichkeit und hat natürlich auch eine faszinierende Karriere hingelegt. Und auf diese Karriere von Franz Beckenbauer, dem legendären Kaiser des deutschen Fußballs, wollen wir jetzt nochmal so ein bisschen drauf schauen. Ja, Franz Beckenbauer wurde geboren am 11. September 1945 in München und hat sich einen festen Platz in der Fußballgeschichte verdient. Seine beeindruckende Karriere als Weltklasse-Verteidiger begann vor allem in den 60er und 70er Jahren. Wenn man gerade in diesen Rückblick auf diese Zeit schaut, war dann auch der Höhepunkt seiner Spielerlaufbahn, war dann zweifelsohne der Gewinn der Weltmeisterschaft 1974. Dort führte er unter anderem als Kapitän die deutsche Nationalmannschaft zu dem, ja, ich glaube, sehr historischen Sieg im Finale gegen die Niederlande. Ja, woher kommt eigentlich der Spitzname Kaiser? Ich glaube, das ist immer was, was sich viele fragen. Ja, diesen Spitznamen verdankt er seiner eleganten Spielweise und auch seiner intelligenten Führung auf dem Spielfeld, wodurch er einfach diesen Spitznamen Kaiser bekam. Er hatte ja eine Vielseitigkeit als Spieler kombiniert mit einer wirklich außergewöhnlichen Führung und das machte ihm einfach so ein bisschen zu einer Schlüsselfigur im deutschen Fußball. Die Fähigkeiten, die er hatte, waren vor allem im Spielaufbau defensive Stärke. Das war einfach das, was ihn dann wirklich zur Ikone gemacht hat. Aber dann natürlich auch nochmal diese grandiose Zeit nach der Spielerkarriere, wo man quasi diesen nahtlosen Übergang zum Trainer hatte. Sein größter Erfolg in dieser Rolle, ich glaube, daran können wir uns auch alle zurückerinnern, war 1990 der Gewinn der Weltmeisterschaft, als Deutschland im Prinzip unter seiner Leitung triumphierte. Ja, mit all diesen Sachen, die er einfach in unser Leben gebracht hat, ich glaube, bleibt Franz Beckenbauer einfach eine der prägendsten Persönlichkeiten im Weltfußball und natürlich im Deutschen sowieso. Und sein Einfluss wird noch über Generationen hinweg spürbar sein, da bin ich mir sicher. Wir werden noch vielen Kindern die Geschichten von ihm erzählen. Seine Hingabe für das Spiel, sein Verständnis werden mir persönlich zumindest immer in Erinnerung bleiben. Ja, ich glaube, das war jetzt ein ganz grober, schneller Blick über die Karriere von Franz Beckenbauer. Gibt es natürlich deutlich mehr zu sagen. Gibt eine schöne Doku, die ist, glaube ich, auch auf der ARD zu schauen. Gibt es vor ein paar Tagen rausgekommen. Guckt euch die wirklich mal an. Ja, ich bin zutiefst geschockt, gerade weil ich diese Doku auch schon angeschaut habe. Müssen wir jetzt alle erstmal verdauen. Danke fürs Zuhören. Schreibt gerne eure liebsten Erinnerungen mit Franz Beckenbauer, dem Kaiser, hier in die Kommentare. Und ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal und ciao.